Möchten Sie Energiekosten sparen? Dann sind Sie bei expertenwissen.eu richtig. Wir haben für Sie das E-Book Clever Heizen – Energiekosten sparen. Sie denken, eine neue Heizung ist langfristig der beste Weg, um zu sparen? Das gilt sicher in einigen Fällen, aber nicht immer. Denn häufig kann man die alte Heizungsanlage mit wenigen, kostengünstigen Tricks zum Sparen bringen. Wenn eine neue Heizung erst nach 50 Jahren ihren Einkaufspreis herausgeholt hat, was genau haben Sie dann noch davon? Doch es gibt noch mehr Wege, um Geld zu sparen, als nur das Senken der Heizkosten. Bei Benzin, Wasser und Strom lassen sich hunderte Euro sparen, wenn Sie die Tipps aus diesem E-Book beachten. Wussten Sie zum Beispiel, dass man Solarenergie auch nutzen kann, wenn die Sonne gerade nicht scheint? Und wussten Sie, dass ein Kamin im Wohnzimmer für günstige Wärme und sinkende Heizkosten sorgt? Verbessern Sie Ihre Energiebilanz mit einem Klick auf www.expertenwissen.eu Wussten Sie, nem alimentieren Sie denn?